Sehr gut. Oh. Da wird sich beschwert. Ist der Strom jetzt wieder angegangen? Ach, okay. Ah, gut. Verstehe. Aber dafür sind wir ja ein Team. Da können wir also nicht zeitgleich das machen. Also, nein, andersrum. Wir müssen es zeitgleich machen. Weil wir sonst nämlich doch wieder einen Gewisch kriegen, weil der Strom dann wieder angeht. Mann gewöhnlicher Stärke. Dem können wir so aber auch nichts machen, ne? Ah, ja. Juhu. Hurra. Ich finde es schön, wie die Musik dann immer so ein Tacken lauter wird, wenn man hier mit dem Riesenrad fährt. So. Also, du machst hier mal bitte aus. Danke. Du nimmst hier das und dann, hopps. 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 Jawohl. Aber jetzt geht es jeden Moment wieder an, richtig? Ach, ne. Da ja nicht. Kann ja gar nicht. Ohne Sicherung. Hehe. Kann ja gar nicht. So, wenn ich nicht sterben will, sollte ich hier nochmal ausmachen, glaube ich. So, jetzt bin ich aber mal gespannt. Hahaha. 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 Ja, exotisch bekleidete Tänzer. Ja, schön. Hahaha. Hahaha. Ich mag den Humor dieses Spiels. Hahaha. So. Ne, das, äh, du bleibst mal hier. Wir nehmen mal dich mit. Wir müssen nämlich da bestimmt nochmal was dran drehen an dem Strom. So. Hier geht es dann nochmal hier lang. Warte, war das überhaupt richtig? Ne, wo waren das jetzt? Hier oben, ne? Ah, das ist aber auch ein Labyrinth, diese Höhle. Achso, das habe ich jetzt übrigens, weil ich davon ausgegangen bin, dass du das hier nicht tragen kannst. Da lag ich falsch. Ja gut, hätten wir uns den Weg sparen können. Natürlich können wir den Vorschlag auch mal tragen. Ja, okay. So. Dann beweis mal, dass du es drauf hast. Bäm. Bäm. Sehr gut. Haben wir hier lassen. Ticket mitnehmen. Tüpp, 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 tüpp. Da waren es nur noch zwei. Kling. Gut. So. Hier ist jetzt noch aus. Ja, okay. Ich werde jetzt mal bei dem Wahrsager da die Sicherung einsetzen und hoffen, dass ich dann irgendwie einen Tipp kriege für das Unglücksrad. Oh, hier oben. So. Hier, Kollege, mach mal bitte nochmal aus. Danke. So, das Törtchen lassen wir da mal liegen. Ja, mit dem Verschwindibus, da... Hm. Weiß ich jetzt gerade auch nicht so genau. Müssen wir da gleich nochmal gucken. Hallo, Xavatar. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Jetzt leuchtest du grün. Hat das was zu bedeuten? Danke für den Tipp. Kannst du noch was anderes sagen? Ach, ich wusste es. Ha, blau. Okay. Das wollte ich doch nur wissen. Der kann also in verschiedenen Farben leuchten. Das heißt, der verrät uns, was mit dem, äh, auf welche Farbe ich da setzen muss. Also, mit den Zwillingen nochmal hier hoch. Deh, 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 deh. Yeah. Ja, fast, ne? So, nee, du warst das. Also. Jetzt bin ich mal gespannt. Und, und, und. Ja! Ja, na klar. Sehr gut. Ja, und die nächste Attraktion haben wir kaputt gemacht. So, jetzt müssen wir nur noch das Gewicht raten. Da habe ich jetzt aber auch schon eine Idee. Was ist denn, wenn wir die Hantel vielleicht versuchen, verschwinden zu lassen und dann wieder an uns nehmen? Das könnte ja auch nochmal eine Idee sein. So, einer noch. Wo bist du? Du bist da. Okay. So, die Hantel liegt hier ja noch oben drauf, wenn ich mich nicht irre. So. Ja, aber diesmal schon, weil diesmal... Hm. Guck mal, er hat das in der Hand. Seht ihr das? Seht ihr das? Er hat das in der Hand. Das wird's sein. Und? Ja! 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 Jawoll! Perfekt. Ja, los! Pitche 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 So! Nein, ich ziehe die Zündung. Ja, da rein. Teddy! Teddy Teddy! Pitch 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 Oh! Oh, oh. Ah. Haha. Okay, ich sehe schon. Feuergefahr ist sehr hoch. Aha. Ich brauche ein Ticket für ein Feuerzeug. Hahaha. Ach, das ist spielisch schön. Hahaha. Na, hey, ich wollte eigentlich, wollte ich hoch. Hm. Wäre jetzt nur die Frage, wo kriegen wir denn noch ein Ticket her? Gab es noch irgendwo eins? Und das habe ich übersehen. Hier war der Eingang, ne? Hier war, glaube ich, gar nichts. Ne, die Höhlen-Tour geht hier lang. Da unten konnte man nur einmal lang tauchen. Ja, Flamme und Dynamit. Ja, mehr war hier nicht. Okay. Wo gab es noch ein Ticket? Bin ich bestimmt schon dran vorbeigelaufen, oder? Heuballen? Ja, die muss ich anzünden. Da bin ich mir recht sicher. Hm. Tip-tap. Ach. Ach, so einfach ist das. Einfach mal einem Kind das Ticket geklaut. So näht es auf. Ich bin nicht sicher, dass die Schmutzung der richtige Kür für ein brokenes Herz ist. Aber ich glaube, das ist das der Hillbillies' Plan. Ist das wirklich der Weg, der will, um runter zu gehen? Das ist wirklich ein eilig, und dreigrass-infestet Feuer-Trap, nicht wahr? Aber die K-Führ-Departement hat die schnellste Antwort-Zeit. Von wegen. Wenn ich jetzt nur wüsste, wo ich den... Ach nee, er hat den ja noch, ne? Ja, er hat den Schraubenschlüssel ja noch. So. Ups. Nee, Sackgasse. Hier nicht. Also hier wieder lang. Und hier. Und hoch. Ja, schön. Top, top, top. Hier, Hillbilly. Bitteschön. Nee, das muss ja er machen, weil die anderen können ja nicht so tief tauchen. Dipp, dödü, dödü, dödü. So. Dann versuchen wir das nochmal. Ich dachte zwar, ich hätte das schon erledigt, aber irgendwie... Hm. Habe ich mich da wohl geirrt? Bup, blop, blup, 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 blup. Ja, aus. Komm hier. Als solidarischer Freund kannst du jetzt auch mal hier den... Heuballen anzünden. Dann müssen wir hoffentlich nicht so weit laufen. So. Aha. Der wundere Lord Tennyson hat die Linie. Es ist besser, zu lieben und zu verloren, als zu niemals lieben. Hm. Er hat sicherlich nie so gut gesehen. Hm. Tja. Oh. Hm. Oh. Oh, das ist, glaube ich, ein bisschen mehr als, äh... ...als geplant. Hm. Ei, ei, ei. Juhu, Feuerwehr. Hurra. Hurra. Ha, ha, ha. Okay. Ha, ha. Schnell weg hier, bevor uns noch jemand findet. Oh, hört ihr die Schreie? Hört ihr die Schreie? Huuuuh. So. Hm, hm. Ja, ey. Ihr Lieben, das war die Geschichte des Hillbillys. Ach, das ist, das ist so herrlich, herrlich rapenschwarz, dieses Spiel. Ich find's gut. Ja. Ich mach an der Stelle ne kleine Pause. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Ich hatte das jedenfalls. Das war jetzt mein erster Versuch blind. Ich weiß gar nicht, wie gut ich mich dabei angestellt habe oder ob ich nur so vor mich hingestottert habe. Hm. Muss ich mir gleich mal angucken. Kann ich noch gar nichts zu sagen. Ja. Äh, ich wünsche euch was. Wir sehen uns demnächst in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.